Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Overwatch, den Ball der Woche. Heute haben wir den Ball, oder diese Woche haben wir den Ball, Flugstunden. Und in denen spielt man entweder als Mercy oder Pfarrer. Die ultimative Aufladsrate ist bei 50%, Abklingzeit der Fähigkeiten 75%, Karten, Hanamura, Tempel des Anubes und Volskaya Industries. Ja, und ich würde sagen, wir spielen einfach mal wieder eine Runde und gucken uns den Ball der Woche so an. Und ich sehe gerade schon, eine Minute 14, ich würde sagen, bis gleich. Unterwegs zu Volskaya Industries. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Und da hat er dann doch noch ein Spiel gefunden, und zwar sind wir jetzt auf der Map Watskaya Industries. Wir haben schon drei Pfarrers, ich glaube, das spielt nicht... Äh? Okay. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen gewundert. Ähm, spielt nicht als Mercy. Genau, drei Pfarrers, drei Mercys. Hat jede Pfarrer ihre eigene Mercy? Eigentlich ganz praktisch. Schauen wir mal. Suche ich mir am besten eine raus. Ähm... Die da. Bleib! Das ist jetzt meine Pfarrer. Weil irgendwie... Will er nicht so gerade, wie ich will? Schaden erhöht! Ja, ich höre jetzt den Schaden von der anderen Mercy. Ist natürlich auch nicht so schlecht. Topfit! Ja, ich rufe schon eine gleich raus, wenn die nach vorne laufen. Wird sich schon irgendeine von denen finden, die noch keine Mercy hat. So. Ja, wir haben mal den hier. Und los geht's. Äh? Warum hat der jetzt aufgehört? So, geht doch. Ich nehme das Ziel ein. Aber wir sollten ein bisschen in der Luft bleiben. Ich glaube, das ist auch die... Die Schwierigkeit bei dem Ganzen. Die ganze Zeit in der Luft zu bleiben und dann aber auch trotzdem... ...vieh zu treffen. Ich bin noch da. So, und wir haben schon zwei gekillt. Dann killen wir mal die da, die einfach so... Hey! Ich wollte dich killen! Ich nehme das Ziel ein! Kommst du zurück? Nein, der will nicht so ganz. Ich bin noch ein bisschen auf Waffe, ja. Ich bin noch ein bisschen auf Waffe, ja. Ach. Ups, Zoller. Verdammt. Da soll man ein bisschen auf Waffe, ja. Wechseln. Los, killt die! Doch. So. Ne, die braucht keine Heilung. Die Draht verhilfe. Ah, verdammt. Verdammt, jetzt bin ich tot. Ich wollte gerade... ...auch nach oben. Nein, ist ja klar. Wenn ich da unten die ganze Zeit so rumstehe... ...bin ich ja... ...leichtes Ziel für die. Nein, benötige Unterstützung. Aber Mercy ist doch eigentlich nicht so ganz meine Stärke. Ziel in Sicht. Geht an meiner Position in Stellung. Geht an meiner Position. Wah! Hört ihr auf damit. Oh mein Öffnungsfeier. Eins zu fahren, abzusehen. Ah, hey, hey. Hört auf, mich zu killen. Warte, da ist eine Mercy, die ein bisschen Heilung braucht. Könnt mich auch mal zurückheilen. Ah, die können immer nur auf den Boden schießen, um jemanden zu killen. Irgendwie klappt das mit dem Punkt einnehmen nicht so ganz. Versuche jetzt einfach mal ein paar von denen von den Himmeln zu holen. Schaden verstanden. Schaden verstanden. Hups. Zack. Hups. Also eigentlich die ganze Zeit nur so einen Ruhn hüpfen hier. Den Punkt kriegen wir die ganze Zeit nicht. Macht meine Fähre überhaupt auch mal Schaden? Vom Gefühl her würde ich sagen, trifft die ganze Zeit nichts. Ja, jetzt hat er mal was getroffen. Das ist ja schon echt ulkig hier. Alle hüpfen so rum. Ja, wir haben einen gekillt. So. Oh, ich sollte schon mal... Upsala. Ich wollte eigentlich heilen. Ich will die da heilen. Mann. Ja. Ja, jetzt... Endlich. So, jetzt wieder Schaden. Verstärken. Und die ganze Zeit rumhüpfen. So, Ulti ist ready. Falls ich die mal brauchen sollte. So, wir müssen wieder heilen. Heilen. Okay. Waaah. Upsala. Verdammt. Habe ich nicht aufgepasst. Habe ich nicht aufgepasst. Aufsache, die kriege ich den Kill dafür, dass ich hier zu blöd bin und da runter laufe. Habe ich nicht aufgepasst. Hey. Hör auf. Verdammt. So. Ne, heilen. Da. Komm, du kannst mich auch heilen. Ich brauche Heilung. Da lang. Ja, wenn ich dich avisiert bekomme, dann heile ich dich da oben. Vielleicht kommen wir gar nicht dran. Und. Wie weiter geht's? Autsch, 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 Autsch. Waaaiaiaii. So, Tee, wo bist du? Wo bist du? Ne, das ist ne Mercy. Die braucht keine Heilung mehr. Verdammt. Die hat mich gerade in der Luft abgeholt. Da, jetzt oben. Guckst du den? Waaaii, ne, nicht gut. Ah, blöde Power. So, jetzt hab ich hier ne Power. Wow. Los, weiter. Ich seh ja alles gar nix. Es geht alles so ganz schön hin und her. Ich könnte auch mal ne bisschen Heilung gebrauchen. So. Ja, wo komm ich gerade hier? Oh, ich glaub ich hab gerade ne Mercy. Den Schaden drauf. Ich seh hier dummerweise nur nix. Ja, das ist ne Mercy. Kann auch mal schießen hier. So. Ah, Power. Ich heile dich. Ne. Ah, da, jetzt. Oder ne Mercy. Aber egal. Ich brauch trotzdem Heilung. Und jetzt wieder hier, Farrah. Den Damage verstärken. Nee. Schon wieder ne Mercy. Mann. Jetzt aber. Da ist die Farrah. Ja, wir haben eigentlich mal einen gekühlt. Mir stirbt keiner weg. Ich hab schon wieder ne Mercy ausgewählt. Wenn ich mir grad nicht so sicher bin. Ja. Fair war. Komm her. So. Jetzt hab ich sie auch mal gecheckt gehylt. Und wieder auf Damage. Und wir haben wieder was gekillt. Yeah. Ist die Frage. Also wir schaffen es irgendwie ja gar nicht, diesen Punkt überhaupt irgendwann mal einzunehmen. Weil ja die ganze Zeit irgendeiner am rumhüpfen ist. Ich hab's. Äh. So. Du stirbst mir nicht. Ey. Kommst du her. So. Schön wieder hoch ein hier. Ey. Ich will hüpfen. Nein, 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 nein. Verdammt. Dann war grad ne Mercy. Ah. So. Den heilen wir jetzt mal. So. Und wieder auf den Fair war ich hier drauf. Ja. Da ist ne Mercy, die hier gehalten werden muss. Dann nochmal. Ah. Jetzt könnte ich auch ein bisschen Heilung gebrauchen. Jetzt bin ich tot. Verdammt. So. Ich heil dich. Ich heil dich. Du stirbst nicht. Mann. Verdammt. Schon wieder tot. Also weite nicht, wenn du in der Luft bist. Bis hier. Nur am Verrecken. Ich heil dich. Na. So. So. Und läuft die Zeit davon. Alle angreifen. Luft. Power an hier. Ich bin. Benötige Unterstützung. Ist hier eigentlich ständig einer um den Punkt. Ich heil dich. Ich heil dich. Ich heil dich. Ich heil dich. Diese Chance wird nicht verschenkt. Zurück. So. Dann müssen wir die mal alle hier killen. Oder auch gewinnen. Yep. können wir retten hier so alles mal irgendwie heilen okay lass mich rande hier so und wieder da dran ah da braucht es eine heilung das ist gerade mal ein bisschen eine ulti von der gegnerischen ein 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 wer war der weg hier war verdammt schon wieder eine von mir geholt das könnte ich eine unendliche runde hier werden tja ich bin auf dem weg also entweder gibt irgendwann einer auf also ich wundere dass wir überhaupt einen punkt eingenommen haben zurück da wieder heilen damage boost da braucht einer wieder heilung vielleicht soll er auch einfach mal an der kleben bleiben hier ich sehe die nicht immer die ganze zeit ich sehe immer nur meinen strahl ich komme überhaupt gar nicht hinterher so mal ein bisschen damage hier ja ja und wieder da dran und haben wir verloren tatsächlich wusste gar nicht dass es irgendwann einfach mal aufhört ja das ist doch mal stylisch jetzt hätte eigentlich noch eine mercy mehr sein müssen also ab und zu hatten wir ja euch die witzigsten äh fälle bei ob du jetzt irgendwie ja fünf oder sowas hast letztens hatte ich vier rein hart ähm aber der bohr der woche ist dann doch immer mal wieder was anderes für eine witzige sache zu haben ich würde sagen jetzt spiele ich auch noch eine runde mal als fahrer bei denen direkt wieder ein match kriegen aber der andere map wäre mir ein bisschen lieber beziehen sie verteidigungsstellung ja jetzt aber müssen wir nur verteidigen also keine neue map gut dann spiele ich jetzt mal als fahrer ist vielleicht auch ein bisschen einfacher ganze zeit irgendwo die raketen hinschießen wir sind sie ja ganze zeit abgehauen kriegen wir noch eine mercy oder noch eine fahrer noch eine fahrer ok zwei mercies vier fahrers sagen wir nochmal hallo hä nicht ultimate hallo hallo klein hallo hits hallo grad seoo mushrooms h hallo ho hallo hallo Die ballern dann einfach schön leicht da rein. Und schon direkt den ersten erledigt. Und noch einen. Oder lieber weg hier. Ja, ja. So in die Luft schießen macht da nicht viel Sinn. Er kommt. Also der Abklingzeit ist natürlich eine coole Sache. Weil man so eigentlich non-stop schießen kann. Also die schießen dann am Fliegen. So. Wow. Komm her, Mercy. Wo sind denn unsere Mercys? Brauche ich mal ein bisschen Heilung. Ne? Hat die mich gerade in der Luft abgeschossen? Also aber auch mehr Glück als alles andere. Wir müssen das Ziel verteidigen. Mein Team braucht mich. Unter Glückungsfeier. Schnell der Augenpunkt. Beschützt den Punkt. Hüpp. Beschützt das Ziel. Oh. Oh. Oh, wieder mit hier. Upsala. Verkeil ich den. Was? Oh. Oh, die hier ist alles. Ja, komm her. Verrecke. Mann. Ups, bleibst du oben Und rauf mit dir Verdammt, jetzt bin ich schon wieder unten Ah, verdammt Mich hat der Dreck erwischt Und ich ihn selber nicht Ja, klar, gib mir den Headshot mit der scheiß Rakete Also was ich ein bisschen nicht verstehe ist Da steht Uplink-Zeit davon 75 und dann davon 50 Aber irgendwie sind die normalen Fähigkeiten extrem schnell Die Uplink-Zeiten Und die, ähm, Ultis dafür waren wiederum nicht Boah, muss ich nochmal irgendeine blöde Mercy da erwischen Verdammt Jo, greif koordiniert an, genau Verdammt Ah, kann doch nicht sein Warum treffen die mich hier immer 1A und ich sie nicht So viel Glück kann doch keiner haben Vor allem, ich habe es nicht einmal gesehen Dass die mich wirklich getroffen hat Aber ich würde sagen, bisher halten wir Punkt A besser als die Gegner Ah, verdammt der Mercy Verdammt, der Mercy Ah, ey Ist nicht wahr, ey Kommt sie hier in die Luft geflogen Boom, kriegst du eine Rakete rüber am Latz Ah Man sieht ja nicht mal, dass man da wirklich verreckt Also getroffen wird überhaupt Verrecken tust du, die ganze Zeit Mir stirbt keiner weg Schieß ja auch einfach mal irgendwo hin Ich treffe nur nix Ja, wenn ich was treffe Dann verrecken sie nicht Ja, trefft die ganze Zeit Keiner von denen stirbt Ja, jetzt habe ich endlich meinen erwischt Boah, ich brauche mir die Pack hier holen Weil die Mercy's heilen ja irgendwie hier Nicht Verdammt Naja, ich glaube wir haben das gleich geschafft Haben wir jetzt mal Verlängerung Vielleicht wenn das Spiel keine Lust mehr hat Mir klappt das irgendwie nicht Einfach drauf und bam Irgendeinen treffe ich schon Da ist aber nicht zumindest den Damage Boost Oh, da hatte ich ihn kurz Boah, Mann Ja, toll Ja, klasse Wer dich gerätzt und krieg direkt die Ulti voll Gegen Latz Also das Ich habe auch noch echt keine Mercy erlebt Die irgendwie sinnvollen Rätts gemacht hat Ich werde immer gerätzt Wenn ich mitten im Gegnerpulk stehe Also egal wie Da stehen fünf Gegner vor dir Du wirst gerätzt Richtig hammer Du stehst mitten alleine da Vor allem die konnten dich ja noch richtig schön drauf konzentrieren Du hast ja gar keine Chance Dann da irgendwas zu machen Du stehst, du stehst Wartest, dass du dein Rätts dann Endlich mal kommt Ich treffe hier wieder nix Boah, ich habe die Mercy gerade voll getroffen Jetzt habe ich was getroffen Nein, ich habe Ich habe Ohne Scheiß Ich habe auf diesen Scheiß Schub nach oben gedrückt Warum fliegt ihr nicht hoch? Ich bin viel zu früh verreckt gerade schon im Flug Das ist noch nicht normal Du lootst, du kannst ja auch noch hochlaufen War noch nicht mal irgendwie vom Rand wirklich weg Und bin schon verreckt Hier Normalerweise da Zack Kommst du da noch weg? Oh, ich habe Multi-Ready Versuchen wir das einfach mal Äh, wenigstens Auf da Kann ich auch Hab ich endlich mal einen gekillt Und kriege ich direkt wieder einen von unten ab Ja, richtig schön Ich müsste jetzt hier eigentlich so Highlight des Spiels Für das meiste verreckt bekommen Ich verspreche, wie viel Tode ich habe So Verreckt Ey, ich meine, lebe ich mal Oh, ich bin nicht am Boden Sekunde länger Hinter dir Häh So Und jetzt Hier Mercy, komm her Hey, warum geht der nicht hoch? Das ist cool Und wir haben gewonnen Ja, ja Irgendwie, ich glaube, kann man hier nur gewinnen Highlight des Spiels Na, was hat er denn für ein schönes Highlight gehabt? Das ist eure Ja, toll Wo er mich da von unten abgeknallt hat Weil ich in der Ulti hing Jo, die Mercy war dann hinter uns Naja So viel zum Brawl der Woche Flugstunden Ist auch nicht unbedingt wirklich Mein Ball Aber egal Es macht ab und zu dann doch Spaß Einfach mal rein zu gehen Und so verrückte Spiele zu haben Ja, und Stufe 63 Das habe ich immerhin noch erreicht Und neunmal bin ich gestorben Aber dann habe ich vier Stück gekillt Naja Das war es dann erstmal wieder Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Lasst es mich unten in den Kommentaren Oder bei Like, Aber nicht wissen Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Hm Ciao